Ich bin, seit ich neun Jahre alt bin, riesiger Harry Potter Fan. So ein großer Harry Potter Fan übrigens, dass ich mir diese Gesamtausgabe hier sogar gekauft habe, die 3000 Seiten hat und so dünne Seiten hat, dass man denkt, das ist irgendwie eine kleine Bibel. Ich habe in meiner kompletten Jugend die Hörbücher rauf und runter gehört von Rufus Beck gelesen, bis ich irgendwann mal so eine zwei-, dreijährige Pause gemacht habe und mich dieses Jahr dazu entschieden habe, einen kleinen Re-Read zu veranstalten, beziehungsweise ein Re-Listening. Ich höre die Hörbücher alle nochmal durch, von Rufus Beck auch gelesen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem dritten Teil der Potter Talk Reihe, die ich dadurch ins Leben gerufen habe. Ich rede heute über den Gefangenen von Azkaban und über die tiefgründigen Ängste, um die es da sehr viel geht. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim, ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klickt auch gerne auf Abonnieren und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in Part 3 meiner Potter Talk Spoiler Talk Reihe und ich muss sagen, das geht ganz schön schnell vorwärts, sage ich mal. Die Bücher werden immer dicker, von Band 1 bis 3 so konsequent immer dicker. Und das hier ist jetzt der erste, der so ein bisschen düsterer ist und der letzte, der irgendwie noch so kindlich ist, würde ich so ein bisschen behaupten. Das ist so ein Übergangsteil. Das ist auch beim Filmen, finde ich, ganz krass spürbar. Das ist von der filmischen Art der Erzählung total düster. Also gerade auch das Thema mit den Dementoren, auf das ich später zu sprechen komme, das ist ja unglaublich düster und eigentlich schon fast gar nicht mehr kindlich. Aber ich würde trotzdem sagen, der erste, der so gar nicht mehr kindlich ist, ist dann erst Band 4. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal los mit Part 1. Ja, der Gefangene von Asgaban beginnt, wie eigentlich jeder andere Harry Potter Band, auch erstmal bei den Dursleys. Und zwar mit Harry, der in seinem Zimmer Hausaufgaben macht und für die Schule lernt. Ich habe mich erstmal gefragt, warum hat der Junge überhaupt Hausaufgaben über die Sommerferien? Aber na gut, er macht halt Zeug für die Schule, weil, und das kriegen wir in einem der typischen Flashbacks, die immer am Anfang von den Harry Potter Büchern so eigentlich relativ geschickt eingebaut sind, kriegen wir das erklärt, warum Harry eben so gerne in den Sommerferien für die Schule lernt. Weil eben ungewöhnlicherweise die Schule für ihn eben der Place to be ist, im Gegensatz zu seinem Zuhause sozusagen, wo er wohnt bei seiner Tante und seinem Onkel. Das ist gar nicht sein Place to be, aber die magische Welt ist halt faszinierend. Das ist sein Zuhause, da waren seine Eltern, da fühlt er sich wirklich zugehörig und deswegen lernt er tatsächlich auch gerne. Er erkundet gerne die Welt und macht halt deswegen auch gerne in den Sommerferien Hausaufgaben und lernt für die Schule. Was zum Beispiel Ron gar nicht machen würde. Da gibt es irgendwann später in der Reihe, glaube ich mal, so einen Part, wo Hermine einen Brief schreibt in den Sommerferien und sagt, ja, ich habe natürlich schon ganz viel für die Schule gelernt und Ron so, was, wir haben doch Sommerferien. Harry bläst dann Tante Mark da auf und das ist ein cooler Moment für mich gewesen, weil man merkt, okay, Harry wird älter, er kommt jetzt langsam so in dieses Teenie-Alter, wo man sich halt auch wehrt und wo man nicht einfach alles über sich ergehen lässt. Hey, wenn die ihm blöd kommt, dann wehrt er sich halt. Es ist quasi nur so eine Impulshandlung, aber es ist eine Art des Sich-Wehrens und ich finde, das ist etwas, was jetzt erstmal in diesem ersten Teil, sage ich mal, viel vorkommt, aber generell auch in diesem Part mehr. Er wird quasi langsam aufsässiger. Ich sage mal so, der richtig aufsässige Harry, der ist, den haben wir erst in Band 5 dann, aber hier beginnt es langsam schon. Er haut dann sogar ab, er geht alleine nach draußen, ohne irgendeinen Plan, was auch ein Harry in Band 1 oder 2 definitiv nicht gemacht hätte. Hier macht er es jetzt, weil er älter wird, coming of age, er ist kein Kind mehr. Er fährt dann in die Winkelgasse, wo er zum ersten Mal richtig frei ist. Also es ist weder bei den Durstys, wo er sowieso nicht frei ist, noch in Hogwarts, wo er sich zwar wohlfühlt, aber halt eigentlich auch nicht so richtig hundertprozentig frei ist, weil er nicht immer alles machen kann, was er will. Er hat ja Unterricht und alles und er darf ja zum Beispiel auch nicht nach Hogsmeade und alles. Hier in der Winkelgasse, solange er in der Winkelgasse bleibt, das muss der Erfatsch versprechen, darf er halt machen, was er will. Und ist selbstständig unterwegs, auch wenn natürlich alle ihn ein bisschen wie ein rohes Ei behandeln, weil da diese Serious Black Thematik ist, die sie ihm aber noch nicht sagen. Hermine und Ron kommen dann auch in die Winkelgasse dazu und Hermine kauft sich Krumbein. Kretze und Krumbein ist jetzt so eine Thematik, die sich auch so ein bisschen durch das Buch durchzieht. Kretze ist ja seit dem Ägyptenurlaub ein bisschen schlechter drauf, hat wohl eher weniger mit Ägypten zu tun, was wir später rausfinden werden. Und dann kommt die Szene mit Mr. Weasley und er ist der Erste und Einzige auch, der wirklich sagt, Hey Harry, ich vertraue dir das auch an, also du musst das einfach wissen, was da auf dich zukommt. Alle anderen behandeln dich wie ein Kleinkind, aber ich bin der Meinung, ich sage dir jetzt die Wahrheit. Serious Black ist aus Asgaban ausgebrochen, um dich zu finden, höchstwahrscheinlich. Davon gehen alle aus. Er hat immer dieses Erson Hogwarts, Erson Hogwarts gelabert und er war ja der treuestige Volksmann von Voldemort. Aber deswegen ist da schon stark von auszugehen und das ist eine schon düstere Atmosphäre. Und ich habe da als Kind schon immer gesagt, boah krass, also Serious Black ist schon angsteinflößend, finde ich. So dieses, es ist wie so ein Mythos, über den geredet ist. Für mich in meiner Kindheit war der nicht irgendwie ein Mensch, der halt irgendwie ein bisschen Maniak ist und jetzt hinter Harry her ist. Es wurde immer so über ihn geflüstert und dann gab es Gerüchte und das war mystisch und gruselig. Und Harry hingegen sagt von Anfang an, eigentlich hätte ich gesagt, habe ich gar keine Angst jetzt vor Serious Black. Ich meine, schlimmer als Voldemort kann er ja wohl nicht sein. Und das ist voll krass, weil Harry hat halt voll die krassen Gefahren schon in seinem Leben erlebt. Und deswegen ist irgendwie so ein weiterer Mensch, der halt einfach Mörder ist, gar nicht mal sowas krasses für ihn. Weil das ist er gewöhnt. Er weiß sowieso schon, dass Voldemort ihn mal töten wollte. Voldemort will ihn immer noch töten. Voldemort ist hinter ihm her und so weiter. Er hat da schon vieles durchmachen müssen. Ja, da ist Serious Black jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues. Ganz im Gegensatz zu einer anderen Angst oder anderen Ängsten, die später in diesem Buch kommen, die ihm viel mehr Angst machen, was sehr spannend ist. Eine bittere Kälte legte sich über sie. Harry spürte seinen Atem in der Brust stocken. Die Kälte drang ihm unter die Haut. Sie drang in seine Brust, ins Innere seines Herzens. Harrys Augeäpfel drehten sich nach innen. Er konnte nichts mehr sehen. Die Kälte ertränkte ihn. In seinen Ohren rauschte es wie von Wasser. Etwas zog ihn in die Tiefe. Das Rauschen wurde lauter. Alter, Leute, als ich das hier gelesen habe in dem Buch, diese Passage, die erste Konfrontation sozusagen mit einem dieser Dementoren, habe ich gedacht, Jesus, das ist ja wirklich nichts für Kinder. Also vor allem nicht mal, wenn du dir so bewusst machst, wofür die Dementoren wirklich stehen. Also das hat ja J.K. Rowling auch schon geäußert. Die Dementoren sind ganz klar eine Verbildlichung von Depressionen. Sie hat ja da krass drunter gelitten, nachdem ihre Mutter gestorben ist. So hat sie sich das immer verbildlicht, dass da diese Dementoren im Raum sind, die einfach alles Glück aus dir raussaugen, dich fühlen lassen, als würdest du nie wieder glücklich sein. Und das ist schon heftig. Und auch die Tatsache, dass zum Beispiel das selbst in dieser Fantasy-Welt gar nicht mal ein Phänomen ist, was nur die Zauberer wahrnehmen. Nein, auch die Muggel nehmen Dementoren wahr. Sie sehen sie zwar nicht, aber sie spüren sie. Und das finde ich so crazy. Das heißt, du kannst dir eigentlich sogar vorstellen, wenn du mal so die tiefe Momente in deinem Leben hast, kannst du dir selbst auch vorstellen, okay, hier ist vielleicht gerade ein Dementor im Raum. Und das ist voll krass. Da wird aber noch so viel mehr drüber philosophiert. Da kommt auch noch ein Zitat von Lupin, was ich auch noch kurz einblenden möchte. Ich finde da tatsächlich, ich mache das jetzt mit den Zitaten, weil ich da die Wortwahl auch immer sehr schön finde. Dementoren gehören zu den übelsten Kreaturen, die auf der Erde wandeln. Sie brüten an den dunkelsten, schmutzigsten Orten. Sie schaffen Zerfall und Verzweiflung. Sie saugen Frieden und Hoffnung und Glück aus jedem Menschen, der ihnen zu nahe kommt. Wenn sie können, nähren sie sich so lange von ihm, bis er ähnlich wie sie wird. Seelenlos und böse. Selbst Muggel spüren ihre Anwesenheit, auch wenn sie sie nicht sehen können. Wenn du einem Dementor zu nahe kommst, saugt er jedes gute Gefühl, jede glückliche Erinnerung aus dir hinaus und dir bleiben nur deine schlimmsten Erfahrungen deines Lebens. Boah, Junge. Das ist so intens. Also ich weiß nicht mehr, wie ich das so als Kind fand. Ich glaube, ich habe da gar nicht so krass drüber nachgedacht. Für mich waren das halt einfach mystische, böse, magische Wesen. Aber je älter man wird, desto mehr fällt einem da halt auf, dass das eigentlich nur eine einzige Metapher für so übel, krass negative Gefühle ist, die man einfach auch in der Realität hat. Das finde ich schon sehr philosophisch tatsächlich, was J.K. Rowling da eingebaut hat. Und genialer wird es nur noch dadurch, dass dann auch die Lösung, die in den Harry Potter Büchern vorgeschlagen wird, der Patronuszauber, der ist genauso realitätsbezogen. Das ist genauso nur eine Metapher. Also wenn wir in der Realität diese Dementor-Stimmung sozusagen haben, dann können wir genauso den Patronus herbeischwören. Und das ist genauso wie in der magischen Welt der krasseste, herausforderndste Zauber überhaupt. Weil das kann nicht einfach jeder mal schnell. Das ist nicht easy. Das ist einfach gesagt, okay, du musst einfach an die glücklichste Erinnerung deines Lebens denken. Aber das ist ja genau das Problem, dass du das gerade in diesem Moment nicht kannst, weil da sind ja die Dementoren um dich rum. Das heißt, das ist das Schwierige. Aber genauso ist es in der Realität. Du musst einfach dich darauf besinnen, was gut ist in deinem Leben, was dich glücklich macht. Und das ist, wenn du in so einem Moment bist, ultra krass. Das ist ultra schwierig. Das ist so leicht gesagt, aber ultra schwierig. Und so kannst du auch in der Realität einen Patronus herbeischwören. Und das ist, also ich finde das so eine geile Metapher. Ja Leute, ich bin jetzt schon krass ins Philosophieren gekommen. Also wir waren jetzt gerade im Zug. Da gab es die erste Konfrontation mit dem Dementor, wo Lupin, der im Abteil war, auch geholfen hat. Harry war der Einzige, der ohnmächtig geworden ist, was ihn schon schlecht fühlen lässt. Er hat die Stimme seiner Mutter gehört, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass das seine Mutter war. Aber er hat echt so ein bisschen ein komisches Gefühl. Warum bin ich als Einziger so anfällig für die Dementoren? Das wird Lupin ihm später noch erklären. Das ist natürlich wegen Harrys Vergangenheit, weil keiner von seinen Mitschülern oder nur sehr wenige einfach so krasse, schlimme Erfahrungen schon in so früher Kindheit machen mussten wie Harry. Also ich könnte mir eigentlich sogar vorstellen, dass vielleicht Neville da schlimmere Erfahrungen gemacht hat, sage ich mal. Neville hat das ja auch bewusster noch wahrgenommen, wie seine Eltern gefoltert wurden. Und das heißt, eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dass die Dementoren auf ihn auch einen krassen Effekt haben. Aber ja, Neville ist halt jetzt nicht die Hauptfigur. Um ihn geht es nicht. Von daher kriegen wir das vielleicht einfach nicht mit. Ja, genau. Die ganzen Degen, die kommen dann nach Hogwarts, haben neue Fächer. Wahrsagen zum Beispiel, das ist im Nordturm. Und das fand ich sehr witzig, dass die jetzt eben zwei Jahre schon nach Hogwarts gehen. Aber dann gibt es ein neues Fach, was in einem ganz anderen Teil von dem Schloss ist, wo sie noch nie waren. Und deswegen verlaufen sie sich halt einfach nochmal. Und das zeigt nochmal, wie groß und verwinkelt dieses Schloss auch ist, dass man da zwei Jahre zur Schule geht und trotzdem noch nicht alle verborgenen Winkel kennt. Und das werden wir im Laufe der Reihe auch immer weiter noch erfahren, weil selbst Dumbledore irgendwann mal sagt, hey, also ich bin zwar Schulleiter hier, aber ich würde mir niemals träumen lassen, zu sagen, dass ich alle verborgenen Winkel dieses Schlosses kenne. Und das ist schon irgendwie ganz witzig. Sie begegnen dann auf dem Weg zum Wahrsagenzimmer Sir Kerrigan, der so eine ganz witzige Zeitfigur ist, der ja später auch nochmal eine größere Rolle kriegt, als er da die fette Dame ersetzt und einfach Sirius Black reinlässt, weil er die Passwörter der Woche von einem kleinen Zettel abgelesen hat. Der Zettel war natürlich von Neville, von wem sonst. Und bei Wahrsagen taucht dann der Grimm auf. Also, nicht der Grimm taucht da auf, aber Trelawney benennt ihn da zum ersten Mal als solchen. Sie sieht ihn angeblich in Harrys Teeblättern und sagt, oh, du hast den Grimm. Wer den Grimm hat, der wird sterben, weil der Grimm ist das schlimmste Omen des Todes. Und McGonagall erklärt später, ja, okay, das ist so ein bisschen die Art von Professor Trelawney, da einfach auf so eine tragische, dramatische Weise sozusagen ihre Stunde zu eröffnen. Und da hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ah ja, Harry Potter, der hat ja seinen tödlichen Erzfeind da mit Voldemort, da macht er es ja sogar Sinn, ihn zu nehmen. Aber Harry macht sich natürlich trotzdem voll die Sorgen, weil er hat ja auch im Magnolienring den Grimm schon gesehen, beziehungsweise wir wissen natürlich später dann schon, dass das Sirius war als Hund. Aber Harry kriegt schon echt so eine leichte Paranoia. Und das ist was, was ich total interessant finde, weil er hat da diese direkte Bedrohung, durch Sirius Black, der nach der Meinung aller hinter ihm her ist. Und das ist ein echter Mensch. Vor dem hat er aber keine Angst. Und dann kommt diese verrückte Wahrsagenlehrerin und sagt, ja, hier, das Omen des Todes, der Grimm, das heißt, du wirst wahrscheinlich bald sterben. Und Harry macht sich übelst die Sorgen, hat übelste Paranoia, weil das eine unkonkrete Angst ist. Und das finde ich schon krass. Das passt zu Harrys Charakter, dass er vor so anderen Menschen, die ihn umbringen wollen, einfach keine Angst hat, weil das kennt er. Da ist er dran gewöhnt, sage ich mal. Und das ist was Sichtbares, was Nahbares. Aber so verborgene Ängste, wie jetzt die Demetoren oder auch so ein Grimm, so ein Omen des Todes, das ist irgendwie unnahbarer, nicht so spürbar. Wir haben dann Hagrid als Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe. In seiner ersten Stunde wird jedoch gleich Malfoy verletzt, was dann zu diesem ganzen Prozess gegen Seidenschnabel führt, auf den ich dann erst ganz am Schluss so ein bisschen zu sprechen komme, tatsächlich. Lupin ist der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und alle lieben ihn. Das ist aber auch toll. Also Lupin ist einfach ein Charakter, den man lieben muss. Ich finde es so toll, wie er gleich in seiner ersten Stunde zeigt, was für eine ruhige Art er hat. Wie er auch die Schüler gleich versteht. Wie er zum Beispiel direkt Neville so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausholt, um ihm aber dadurch zu helfen, um ihm voll den krassen Selbstbewusstseinsschub zu geben. Snape kommt rein und will Neville vor dem Lehrer, Lupin, zur Schnecke machen. Aber Lupin so, ach, ich bin mir sicher, Neville wird das schon schaffen. Oder ist einfach ein toller Mensch, der Lupin. Und ich fand es auch sehr lustig, wie bei der Begegnung mit Peeves. Also sie sind quasi auf dem Weg zu diesem Lehrerzimmer, wo da der Schrank ist mit dem Irrwicht und begegnen dort Peeves, der ein Kaugummi in ein Schlüsselloch steckt. Und Lupin ist so, an ihrer Stelle, Peeves, würde ich das nicht machen. Mr. Filch wird sonst nicht in der Lage sein, an seine Besen zu kommen. Was? Weil war das Schloss für die Besenkammer scheinbar. Peeves ignoriert Lupin aber. Er hat gar keinen Respekt vor ihm. Und Lupin dann zu den Schülern so ganz ruhig, jetzt seht bitte einmal her. Dann deutet er so ganz ruhig und lässig den Zauberstab auf das Schlüsselloch, sagt irgendeinen Zauberspruch, ganz lässig. Der Kaugummi ploppt raus, schießt in Peeves' Nase, ist einfach irgendwie ganz lustig. Und Lupin macht das so eine ruhige Art. Er fühlt sich auch gar nicht beleidigt oder so. Weil genau Peeves hat ihm noch so ein Schmählied über ihn quasi gesungen. Und es ist Lupin egal. Er regt sich nicht auf, bleibt ganz ruhig, macht da seinen Zauberspruch, zerbringt den Schülern quasi gleichzeitig noch was bei und geht dann weiter zu dem Irrwicht. Und ja, dann kommt der Irrwicht. Und auch das finde ich tatsächlich wieder was sehr Philosophisches. Ich merke schon, dass das hier so ein Buch ist, in dem es sehr viel über die unnahbaren Ängste geht. Und beim Irrwicht zeigt sich das jetzt, dass halt Harrys Mitschüler alle irgendwie Angst vor Spinnen, vor Riesenschlangen, vor einer Todesfee haben. Und dann kommt Harry und hat halt Angst vor Depressionen. Nee, also hat halt Angst vor den Dementoren. Also Angst vor der Angst eigentlich. Und im Film kommt, glaube ich, auch das Zitat von Lupin, als er das später erfährt und sagt, Ah, deine größte Angst ist also die Angst. Sehr weise, Harry. Und das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das weise bezeichne, aber es ist schon interessant und passt irgendwie zu Harry, dass er halt nicht diese, ja, kindischen Ängste sozusagen hat vor Spinnen, Schlangen, Todesfehen und sowas, sondern er hat halt Angst vor diesem nicht richtig benennbaren Gefühl, wenn du nur ein Gefühl hast, wenn du nur dieses negative Gefühl hast, wenn alles kalt wird und sich zusammenzieht, wenn du diese Stimmen hörst in deinem Kopf und so, das ist das, was seine größte Angst ist. Und das passt einfach zu Harry, weil die anderen Ängste, das hat er alles schon durchgestanden. Er hat schon gegen Riesenspinnen gekämpft, er hat sogar schon gegen Voldemort gekämpft. Ach, kommt mir doch nicht mit sowas. Da hat Harry einfach ganz andere Erfahrungen und das äußert sich halt auch in seinen Ängsten. Und das ist das, was eine krasse Charakterentwicklung ausmacht. Wenn Harry vor Hogwarts einem Irrwicht begegnet wäre, dann wäre der wahrscheinlich nicht in Form eines Dementors aufgetreten, mal abgesehen davon, dass Harry damals die Dementoren noch nicht kannte. Aber vielleicht hätte er da auch kindischere Ängste gehabt oder vielleicht die Angst, dass Dudley ihn verprügelt oder sowas. Aber er ist, seit er in Hogwarts angekommen ist, hat er so viele krasse Sachen erlebt. Er hat so viel über sich herausgefunden, über die Welt, über die Gefahren der Welt, dass so normale irdische Dinge einfach ihm keine große Angst mehr einjagen können, sondern nur noch diese Ängste tief in ihm drin. Die machen ihm Angst. Die Angst macht ihm Angst. Das ist schon crazy für einen 13-Jährigen. Es geht wieder auch in diesem Buch sehr viel ums Zwischenmenschliche. Ich meine, das Thema Freundschaft ist sowieso in Harry Potter immer ein großes Thema. Aber hier ist quasi im gesamten Mittelteil des Buches eine sehr große Krise, weil Harry und Ron sich mit Hermine streiten. Und tatsächlich muss ich auch sagen, also Hermine wird uns hier zum ersten Mal sehr empathielos gezeigt, wie wir sie eigentlich gar nicht kennen. Sie versucht eigentlich, Lavender zu trösten, als ihr Meerschweinchen verstorben ist. Aber gleichzeitig spricht sie ihr auch so ein bisschen die Trauer ab. Also sie sagt eben so, ach, aber wenn sie doch eigentlich ein altes Kaninchen war, dann kannst du doch nicht ernsthaft jetzt überrascht und traurig sein sozusagen. Und es ist einem schon klar, warum Hermine das macht, weil sie Wahrsagen für so ein schwurbliges Fach hält. Und ich glaube, dass Professor Trelawney das wirklich vorhergesagt hat. Das ist ja quasi die These, die Lavender aufstellt. Hier erinnert ihr euch noch, wie Professor Trelawney gesagt hat, das Ereignis, vor dem du dich fürst, das wird am 16. Oktober passieren. Und dann passiert es eben um ungefähr diese Zeit, dass ihr Kaninchenhamster irgendwie sowas stirbt. Und sie glaubt halt, krass, Trelawney hat das vorhergesehen. Und das sagt sie den anderen. Und Hermine ist halt gleich so, versucht halt, rational zu argumentieren, warum das nicht sein kann, dass Trelawney das irgendwie vorhergesehen hat. Und das ist halt diese rationale Art von Hermine, die da schon irgendwie einen Punkt hat natürlich, dass Trelawney irgendwie eine Schwurblerin ist, aber dadurch dann so ein bisschen vergisst, auf die Gefühle anderer zu achten. Und das ist halt das, was dann Ron ihr gleich zum Vorwurf macht. Er sagt dann irgendwie, ach, Lavender, mach dir nichts draus. Sie kümmert sich nicht so um die Haustiere von anderen Menschen, weil vorher hat ja Krumbein hier angeblich schon Krätze gefressen, wo sich später natürlich rausstellt, dass das nicht passiert ist. Aber deswegen haben sie eben diesen Streit. Harry hat dann später Tee mit Lupin. Dass es als alle anderen in Hogsmeade sind, wo Harry halt nicht mit kann, weil er diese Einverständniserklärung seines Vormundes nicht hat. Und da lernen sie sich schon ein bisschen besser kennen. Und Harry offenbart Lupin halt auch an dieser Stelle, dass tatsächlich sein Irrwicht nicht Voldemort gewesen wäre, sondern ein Dementor, wo Lupin dann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er das im Buch jetzt auch gesagt hat oder nur im Film, aber da sagt er halt dann, ach, krass, ich dachte, es würde Voldemort werden. Deswegen habe ich dich davor bewahrt, gegen den Irwig kämpfen zu müssen. Aber Angst vor der Angst, sehr weise Harry. Das ist auch schon irgendwie ein tolles Zitat. Sie reden auch viel über Harrys Eltern. Lupin hat die beiden scheinbar gekannt und schwärmt so ein bisschen von denen, was sehr emotional ist. Und wo ich auch sagen muss, das ist eine der schönsten Szenen in den Filmen, in den kompletten Harry-Potter-Filmen, wo die beiden dann auf dieser Brücke stehen im dritten Teil und man hört auch dieses Theme. Es tut mir außerordentlich leid für diese schlechte Gesangseinlage, aber das musste jetzt mal kurz sein, weil ich mag dieses Theme total und ich mag die Szene und ich mag, wie sich der Film Zeit für diese Szene nimmt. Man hätte sich noch mehr Zeit nehmen können für solche Momente. Das wäre echt cool gewesen in den Filmen. Aber ja, das ist eine der schönsten Szenen überhaupt. Harry bekommt die Karte des Rumtreibers. Durch sie kommt er dann nach Hogsmeade, wo er auch erfährt, dass Sirius sein Patenonkel ist, was eine große Offenbarung ist. Scheinbar ist es ein beliebtes Mittel in Film und Buch-Eposen, dass der große Bösewicht irgendwie mit dir verwandt, wobei der Patenonkel natürlich nicht verwandt ist, also es ist nicht Luke, ich bin dein Vater. Aber es ist schon irgendwie ein ähnliches Level von Plot-Twist sozusagen. Noch krasser wäre es gewesen, wenn Sirius am Ende zu Harry sagt, Harry, ich bin dein Pate. Harry bekommt später auch noch den Feuerblitz zugeschickt, wo sich der Streit zwischen Ron und Hermine noch intensified, weil Hermine eben direkt der Meinung ist, dass dieser Feuerblitz, der ja sehr teuer ist, ihm anonym zugeschickt wurde, möglicherweise von Sirius Black kommt, was tatsächlich auch der Wahrheit entspricht, wie wir später erfahren. Sie ist aber der Meinung, dass man den jetzt eben mal kurz an McGonagall abgeben muss, damit sie den auf verborgene Flüche untersuchen kann, weshalb Harry eben sehr lange den gar nicht benutzen kann. Und dann sind sie eben sauer auf Hermine, obwohl sie es ja eigentlich nur gut gemeint hat, was irgendwie echt traurig ist. Naja, Jungs, Jungs, ne, junge Jungs, ha. Irgendwann kommt dann das schockierende Sirius Black bricht in Hogwarts ein und kommt sogar in der Nacht in den Schlafsaal der Jungs, wodurch Ron zum Helden wird, weil er allen Leuten ein paar Tage lang erzählen kann, wie Sirius Black mit einem Messer über ihm stand und ihn eigentlich abstechen wollte. Und er, Ron, ist der Held, weil er nicht gestorben ist. Und ich weiß noch, also damals, als ich das zuerst mal gelesen habe, ich war schon so, wow, krass, Sirius Black ist nach Hogwarts reingekommen, wow, no way. Und es war so lustig, ich war glaube ich in der dritten oder vierten Klasse oder so und dann habe ich so mit Leuten darüber geredet und dann hat irgendwer gesagt so, ja, aber man denkt ja am Anfang, Sirius ist böse, aber eigentlich ist er ja lieb. Und ich, also es war halt voll der Spoiler, aber ich war so, hä, angeblich so, der ist doch nicht lieb, sonst würde der ja nicht in Hogwarts ein. Und ich, irgendwie so habe ich gesagt, so ein Schwachsel, was laberst du denn, der ist in Hogwarts eingebrochen, und sowas macht da nicht jemand, der gut ist. Also ich habe es einfach, ich habe den Spoiler einfach nicht angenommen, was wahrscheinlich gut für mich war. Es gibt dann eine sehr schöne Szene bei Hagrid, wo Ron und Harry nur sind, wo Hagrid dann das Thema Hermine anspricht oder das Thema Haustiere. Also er sagt dann irgendwie, ja, Hermine geht es ja zur Zeit nicht gut, sie hat sich ein bisschen zu viel vorgenommen und das nimmt sie sehr mit, dass ihr beiden nicht mit ihr sprecht. Ron ist dann noch so, ja, aber ihr verdammter Kater hat meine Ratte gefressen, und sie will es einfach nicht einsehen und Hagrid dann irgendwie so altklug. Ach, weißt du, Ron, manchmal sind Menschen ein bisschen dumm, wenn es um ihre Haustiere geht. Und das fand ich irgendwie so cool. Das Thema Haustiere ist irgendwie ein großes Thema auch in diesem Buch, habe ich das Gefühl, weil, ja, klar, Ron hat halt Krätze, er hat bisher eigentlich immer nur über ihn geschimpft, weil er ist so nutzlos und dämlich, aber jetzt, wo er halt die Angst hat, dass er wahrscheinlich tot ist, merkt er halt schon, okay, eigentlich finde ich es schon doof, sozusagen. Und Hermine hat halt dann Krummbein, den sie dann auch irgendwie gern hat. Hagrid hat Seidenschnabel, den er gerne hat. Also Haustiere sind irgendwie ein Thema, die Liebe zu Haustieren. Ich bin ja nicht so ein Haustier-Mensch tatsächlich, aber es ist trotzdem schön, so darüber zu lesen, wenn andere Leute irgendwie sowas haben. Harry war ja dann verbotenerweise in Hogsmeade, ich merke gerade, ich glaube, ich habe doch irgendwie ein paar von den Sachen durcheinandergebracht von der Reihenfolge her, aber ist ja eigentlich auch egal, woraufhin Snape ihn quasi erwischt und ihn tadelt und ihm irgendwie da vorwirft, ja, die ganze Welt versucht, den berühmten Harry Potter vor Sirius Black zu schützen, aber der berühmte Harry Potter ist sich zu wichtig und das ist ihm egal und er geht doch trotz Verbot nach Hogsmeade und macht ihn halt richtig zur Schnecke und Harry sieht es halt gar nicht ein. Also er ist so, ey, jetzt kommen, ziehen sie nicht so über meinen Vater her, weil Snape dann natürlich auch über den Vater herzieht und bla bla bla. Harry wird dann sozusagen aus dieser Situation gerettet von Lupin, er ist ihm erst mal dankbar, aber Lupin hat auch ein paar scharfe Worte an Harry. Lupin und Harry verstehen sich halt eigentlich gut und deswegen haben diese Worte von Lupin mehr Impact. Lupin ist dann so, glaub nicht, dass ich dir noch ein weiteres Mal aus der Patsche helfe. Ich hätte gedacht, dass dir, wenn du deine Eltern, wie sie sterben, dass dir das mehr Eindruck hinterlässt und dass du jetzt vielleicht nicht so unvorsichtig einfach durch die Gegend schlingerst. Und die Karte des Rumtreibers kriegst du von mir erst mal nicht wieder. Und das ist so interessant, also das finde ich tatsächlich auch sehr cool, weil jetzt haben zwei Lehrer Harry wegen der gleichen Sache getadelt. Snape hat durchaus Recht, Harry da zu schimpfen sozusagen, weil er halt einfach null vorsichtig ist, obwohl die ganze Welt gefühlt ihn schützen will. Aber Snape macht's halt auf eine Arschlochweise, sag ich mal. Er ist halt, er macht halt Harry einfach nur zur Schnecke. Er genießt es einfach nur, Harry wieder irgendwie wegen irgendwas fertig machen zu können. Während Lupin halt eigentlich nett ist und Harry auch mag und Harry mag auch Lupin und deswegen hat Lupin auch einen viel größeren Einfluss auf Harry. Das macht total Sinn, das ist total schön zu sehen und macht auch Sinn, weil nach diesen Worten von Lupin fühlt sich Harry auch tatsächlich schlecht, hat tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Es kommt dann quasi wie ein Schlag, dass Seidenschnabel nun letztlich hingerichtet werden soll. Hagrid hat vor dem Ausschuss verloren, Malfoy hat halt wahrscheinlich alle gebribed, wie das halt so ist. Die Mächtigen, die Reichen haben halt den Einfluss und können sich die Welt so drehen, wie sie wollen. Und das ist tatsächlich auch so eine knallharte Aussage in so einem Kinder-Schrägstrich-Jugendbuch, sage ich mal. Das ist so dieses, ja, nicht immer siegt die Gerechtigkeit. Also, und das ist auch bis zum Ende so, dass tatsächlich vor Gericht Seidenschnabel bis zum Ende verloren hat. und da kann auch niemand irgendwie was dran deichseln oder so. Auch ein Dumbledorn nicht. So ist es. Die Welt ist unfair. Und wenn die Welt unfair ist, dann musst du sie halt fair machen, indem du halt den Zeitumkehrer später nutzt und Seidenschnabel dann doch rettest. Aber eigentlich ist es tatsächlich ziemlich grausam geendet, weil Seidenschnabel wird tatsächlich hingerichtet. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir wieder chronologisch. Also, ich habe schon gemerkt, ich habe jetzt in diesem Mittelteil tatsächlich doch vieles durcheinander gebraucht. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, weil ich eigentlich immer während dem Hören des Hörbuchs schon die Notizen gemacht habe und ich habe, also ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, es war schon ein bisschen was durcheinander, aber ist ja egal. Jetzt sind wir wieder chronologisch und nachdem Seidenschnabel dann eben hingerichtet wurde, gerät das Trio unter die peitschende Weide, weil Kretze eben ausbüxt, dahin rennt. Dann kommt der Hund, schleift Ron unter die peitschende Weide. Sie kommen dadurch in die heulende Hütte. Wir erfahren, die heulende Hütte hat überhaupt nichts mit Geistern zu tun. Die wurde damals gebaut, dass Lupin sich da sicher verwandeln kann und dort ein bisschen rumwüten kann. Deswegen haben die Bewohner des Dorfes immer gedacht, dass dort Geister spuken und dann taucht Sirius Black auf. Dam, dam, dam. Aber wir erfahren natürlich, er ist unschuldig und in Wirklichkeit ist Kretze schuldig. Kretze ist Peter Pettigrew und ich muss sagen, dafür, dass wir eigentlich in diesem Band noch gelernt haben, dass Ron Kretze doch irgendwie gern gehabt hat, kommt es jetzt dann doch plötzlich wie so ein Schlag, dass Kretze halt gar nicht Kretze ist, sondern einfach ein Mörder sozusagen und Ron ist dann so, ah, okay, und trauert aber Kretze dann doch keine Sekunde nach. Ja, wahrscheinlich macht es auch Sinn, wenn du halt erfährst, dass Kretze eigentlich nie existiert hat, weil Kretze einfach literally in Mörder, da gibt es ja auch wirklich mal, also wenn man da mal drüber nachdenkt, dass einfach Kretze die ganze Zeit so ein erwachsener Mann war, der dann irgendwie bei Ron im Bett, oh mein Gott, Alter, das hat sich sowas von J.K. Rowling erst für diesen Teil überlegt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass J.K. Rowling schon in Band 1 und 2 sich gedacht hat, äh, ja, also, Kretze ist in Wirklichkeit ja, dieser Mörder, also, das kann ich mir grad eben gar nicht vorstellen, aber na gut, Harry erfährt dann die wahren Umstände über den Tod seiner Eltern, er erfährt das mit dem Fidelius-Zauber und das in Wirklichkeit nicht Sirius, der Geheimniswahrer war, sondern eben Pettigrew, dass Pettigrew die Eltern verraten hat und schließlich wollen Sirius und Lupin Pettigrew einfach töten. Ja, diese 2 vernünftigen Erwachsenen wollen jetzt Selbstjustiz üben und einfach Pettigrew auf der Stelle töten. What the fuck? Was sind das bitte für Vorbilder? Was soll er? Jetzt muss dieser 13-jährige Harry derjenige sein, der sagt so, nein, ich glaube kaum, dass mein Vater gewollt hätte, dass seine beiden besten Freunde zu mördern werden. So, warum muss jetzt Harry der Vernünftige sein? Ja, mein Gott, es ist ein Kinderbuch, es ist ein Jugendbuch, ja, der Jugendliche muss natürlich die Vorbildfunktion sein, selbst wenn die Erwachsenen es nicht sind. Okay, na gut, also Harry sagt auf jeden Fall, na gut, dann lasst ihn bitte am Leben, wir übergeben ihn den Dementoren, denn ich glaube nicht, dass mein Vater gewollt hätte, dass seine 2 besten Freunde zu mördern werden. Problem ist nur, dass Lupin sich jetzt, wenn sie aus der heulenden Hütte quasi rauskommen, verwandelt, weil Vollmond ist, er hat den Wolfsbandtrank nicht genommen, Pettigrew entkommt dadurch und Sirius wird geschnappt. Wir denken uns erstmal, ach du Scheiße, alles schiefgegangen, aber Hermine hat ja noch den Zeitumkehrer und sie und Harry reisen durch die Vergangenheit, retten dabei Seidenschnabel und es kommt noch eine sehr schöne Szene, in der sich Harry und sein Vater plötzlich sehr nah sind. Und das fand ich so, so schön auch wieder, weil Harry tatsächlich eine kurze Zeit lang denkt, dass sein Vater diesen Patronus am See heraufbeschworen hat, der die Demetoren verscheucht hat und eben denkt, dass er jetzt gleich seinen Vater sehen wird, bis er denkt, wow, krass, warum kommt der nicht, warum kommt der nicht, warum kommt der nicht und dann checkt, ah wait, ich habe gar nicht meinen Vater gesehen, ich habe einfach mich gesehen und dann weiß er, dass er es schaffen wird, den krassesten Patronus, den er je geschafft hat, heraufzubeschwören. Er vertreibt all die Demetoren, einfach weil er weiß, dass er es schon geschafft hat, sozusagen und dann sieht er seinen Patronus, der einfach die Gestalt eines Hirschen hat und er weiß ja mittlerweile, dass sein Vater den Spitznamen Hirsch hatte, dass er den Spitznamen Krone hatte, dass er ein Animagus war und denkt sich, ah, Dad, bist du es? Das ist ein schöner Moment, das ist ein sehr, sehr schöner Moment und er sieht dann auch schnell ein, ja okay, ich habe mir da was vorgemacht, dass mein Vater vielleicht noch leben könnte, er hat durchgedacht, ja vielleicht hat mein Vater seinen Tod ja auch nur vorgetäuscht, wenn Paddy Groot es geschafft hat, warum er nicht auch, aber er kommt dann schnell wieder drüber hinweg, ja okay, da habe ich mir was vorgemacht, okay, na gut, dann ist es halt so, aber er weiß jetzt, dass er irgendwie seinen Vater auch immer in sich trägt, Dumbledore sagt diesen Satz, diejenigen, die wir wirklich lieben, die werden uns niemals wirklich verlassen und er hat das irgendwie durch den Patronus bewiesen, dass etwas von seinem Vater auch immer noch in ihm steckt, dass eben der Patronus die Form von seinem Vater hat, wenn er verwandelt war, das ist schon sehr schön irgendwie. Ja, Sirius wird dann natürlich auch noch gerettet, er fliegt auf seinen Schnabel davon und Lupin muss kündigen, weil Snape aus Versehen beim Frühstück den Slytherins erzählt hat, dass er ein Werwolf ist. Wir merken, okay, die Welt hat scheinbar krasse Vorurteile gegen Werwölfe, da sind wir schon wieder beim Thema Rassismus auch, also es geht jetzt hier nicht um verschiedene Hautfarben, Herkünfte oder so, einfach um verschiedene, ja, es ist, dieses Werwolf-Sein ist ja für Lupin im Grunde wie eine Krankheit und Lupin sagt zwar schon auch, er kann es ja verstehen, dass die Eltern ihn nicht als Lehrer haben wollen, weil es kann ja wirklich was passieren, wenn er sich verwandelt und dann vielleicht Schüler attackiert, so, das ist wirklich nicht so optimal, aber irgendwie ist es halt trotzdem traurig, dass die Leute da diese Vorurteile haben und eigentlich kann er ja mit diesem Wolfsbandtrank da das verhindern, dass sowas passiert und das war jetzt halt ein dummer Unfall, dass das halt einmal irgendwie hätte schief gehen können sozusagen. Naja, ist sehr traurig, aber da gibt es ja scheinbar auch diesen Fluch auf dem Lehrer-Posten des Verteidigungen gegen die dunklen Künste, den hat ja, war das nicht sogar so, dass Voldemort das irgendwie als er abgewiesen wurde, als Lehrer, hat er diesen Posten verflucht, dass keiner es dort länger als ein Jahr aushält oder so? Irgendwie sowas war doch da. Genau. Dumbledore und Harry reden dann noch ein Weilchen. Dumbledore lobt Harry sehr dafür, dass er Pettigrew gerettet hat. Harry bereut es jedoch allerdings ein bisschen. Er denkt so, es ist alles schief gegangen. Aber Dumbledore sagt ihm, der Tag wird kommen, an dem du sehr froh sein wirst, dass du Pettigrew das Leben gerettet hast. Und Harry ist noch so, das ist ein Schwachsinn. Wann soll dieser Tag denn bitte kommen? Aber wir wissen ja, dass dieser Tag tatsächlich irgendwann kommen wird. Wir werden da in einem der weiteren Harry Potter Talks noch drüber reden. Es geht jetzt an die Heimfahrt. Harry ist ein bisschen deprimiert, dass er jetzt doch zu den Dursleys wieder muss und nicht bei Sirius leben kann, weil Sirius Unschuld eben nicht bewiesen ist. Aber er kriegt noch einen Brief von ihm. Sirius ist doch so ein bisschen, schon mal so sein Vaterersatz. Er kriegt diesen Brief. Es stellt sich heraus, Sirius hat ihm tatsächlich den Feuerblitz geschickt. Er hat ihn natürlich nicht verhext, aber er hat ihn ihm geschickt. Und er schickt ihm nun auch die Erlaubnis für Hogsmeade im folgenden Jahr. Er sagt hier, ich, Sirius Black, erlaube meine Paten Harry, dass er noch Hogsmeade darf. Es weiß natürlich niemand, dass Sirius ein Guder ist. Dumbledore hingegen weiß es und er ist der Einzige, der es weiß wissen muss. Er ist ja der Schulleiter. Ron bekommt dazu noch Pigwitchin. Pigwitchin hatte ich wieder voll vergessen, weil ich glaube, der kommt in den Filmen auch nie vor. Aber ja, in den Büchern kriegt Ron diese kleine Eule Pigwitchin, die da glaube ich aber auch deshalb von 4 so ein bisschen mehr vorkommt. Aber die kriegt er jetzt tatsächlich schon von Sirius geschenkt, weil der ja ein schlechtes Gewissen hat. Weil wegen ihm hat Ron ja keine Ratte mehr. Und Ron lädt Harry schon halbwegs zur Quidditch-WM ein. Was ich auch nicht mehr wusste, dass das schon im dritten Teil darauf angespielt wird, dass es ja die Quidditch-WM gibt. Und das lässt einen natürlich schon auf Band 4 freuen, denn im Gegensatz zum Film gibt es im Buch von Band 4 tatsächlich ein Spiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Und nicht nur einen leuchtenden Ball, der durch die Gegend fliegt, bis das Spiel plötzlich vorbei ist. Aber ja, wir freuen uns jetzt auf Band 4 und wir haben auf dem Weg dorthin so viel Neues gelernt und gesehen. Wir haben viele zwischenmenschliche Beziehungen gesehen, über Freundschaft vieles gelernt. Wir haben schöne Momente zwischen Harry und Lupin gesehen. Wir haben gelernt, wann ein Lehrer wirklich Einfluss auf seinen Schüler hat. Und wir haben gelernt, dass Dementoren durchaus reale Phänomene sind. Auch der Patronuszauber ist ein reales Phänomen. Und wir haben erfahren, dass Harry so viel Scheiße in seinem bisherigen Leben durchmachen musste, dass er sich von realen Bedrohungen, irdischen Bedrohungen kaum noch verängstigen lässt, ganz im Gegensatz zu den ganz tiefsitzenden Ängsten in ihm drin, der Angst selbst. Und damit wird es jetzt in Zukunft immer düsterer und immer bedrohlicher, immer beängstigender in den weiteren Bänden. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die weiteren Bände. Ja, liebe Leute, ich danke euch vielmals fürs freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Freude bereitet, einmal diese Geschichte Revue passieren zu lassen, euch meine Gedanken dazu anzuhören. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare, ich lese es mir gerne durch. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es noch dauert bis Band 4. Ich will ja immer erstmal dann abwarten, bis ich tatsächlich mich fertig mit dem Potter Talk dann beschäftigt habe, den fertig geschnitten und hochgeladen habe und dann warte ich immer ein paar Wochen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diesmal vielleicht ein bisschen länger warte, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich war jetzt in letzter Zeit wieder viel in dieser Harry Potter Welt und ich will einfach nicht, dass es jetzt wieder passiert, dass ich dem Ganzen überdrüssig werde. Ich mache jetzt einfach wieder eine so lange Pause, bis ich sage, okay, jetzt habe ich richtig Bock auf Band 4, nicht dieses zwei Wochen Ding, wie ich es bisher gemacht habe und dann wird das glaube ich auch eine coole Kiste, weil ich will einfach da weiterhin dran Spaß haben und ich glaube, das werde ich und deswegen freue ich mich schon auf Band 4, wenn es dann soweit wird und ich freue mich, wenn ihr weiterhin dranbleibt bei der Pottertalk-Reihe. Bis dahin, schaut gerne ein paar andere Videos noch von mir an. Wir sehen uns. Ciao. Das riecht nicht, ja. Hoffentlich hört man das nicht auf der Aufnahme.